Bleib, wie du bist. Das hört man manchmal an einem Geburtstag, dass das dem Geburtstagskind gesagt wird oder vielleicht bei irgendeiner Verabschiedung wird gesagt, ach komm, bleib, wie du bist. Und eigentlich müsste derjenige, der das hört, sagen, bloß nicht, hoffentlich bleibe ich nicht so, wie ich bin. Denn das würde ja bedeuten, dass ich einfach stehen bleibe, aber ich möchte mich noch weiterentwickeln. Du kannst ja, wenn du das nächste Mal das zu hören kriegst, bleib einfach, wie du bist, kannst du ja mal so antworten, nein, das will ich gar nicht. Der Glaube an Jesus, der steht ebenfalls für so eine Veränderung, für einen Prozess. Kurz zusammengefasst geht es beim christlichen Glauben nämlich nicht um bleib, wie du bist, sondern um werde, wie du bist. Werde, wie du bist, das heißt einerseits, also der erste Teil, werde, wie du bist, heißt, jeder kann sich verändern. Jeder kann sich verändern. Andererseits befreit Gott uns aber von so einem frommen Leistungsdruck, dass wir ständig krampfhaft versuchen müssen, bessere Menschen zu werden. Weil das Zweite genauso gilt, werde, wie du bist. Das heißt, Gott hat demjenigen, der ihm vertraut, bereits eine neue Identität geschenkt, in die wir hineinwachsen können, um so zu werden, wie wir sind oder wer wir sind. Paulus erklärt das Ganze im Epheserbrief im Neuen Testament. Und Paulus hat eine Geschichte mit dieser Stadt Ephesus in der heutigen Türkei, so an der Ostküste gelegen. Oder die Ruinen sieht man heute nur noch von dieser einst riesigen Stadt im Römischen Reich. Er war in den 50er Jahren, war er dort gewesen, hat circa drei Jahre seines Lebens und Wirkens dort verbracht. Er hat lange dort von Jesus gepredigt und die ganze Region so geprägt, steht geschrieben in der Apostelgeschichte. Er war eben lange Jahre dort und viele Leute haben ihn gekannt. Er hat sich dort gut ausgekannt. Er hat verschiedene Kirchen gegründet, eben auch die in dieser großen Stadt Ephesus. Und einige Zeit später, circa 60 nach Christus, saß Paulus dann im Gefängnis in Rom. Unschuldig. Einzig und allein wegen seines Glaubens an Jesus saß er dort im Gefängnis. Aber er hatte gewisse Freiheiten noch zu dieser Zeit und er konnte Briefe schreiben. Und eine dieser Briefe ist eben der Brief an diese Kirche und an die Region, an die Christen in Ephesus. Und was er darin sagt, ist aber so allgemein gehalten, dass das eigentlich für alle Christen zu allen Zeiten gilt. Dass man nicht sagen kann, ja, das ist einfach damals für diese Epheser gemeint und das hat mit uns gar nichts zu tun. Es ist so allgemein gehalten, dass wir es für uns heute einfach übertragen können. In Kapitel 4 von eben diesem Epheserbrief, im Neuen Testament, da erinnert Paulus die Christen daran, was sie alles schon über Jesus gehört haben, wie sie ihn kennengelernt haben, was sie von ihm erfahren haben und was sie begonnen haben zu glauben. Im Anschluss schreibt er dann in Epheser 4, Abvers 22, Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Paulus redet davon, wie Christen leben oder wie sie leben sollen. Er spricht zwei Punkte an. Erstens redet er von alten und neuen Kleidern und zweitens von einem veränderten Denken. Zuerst zu den alten und neuen Kleidern. Jetzt sind wir in der guten Lage im Deutsch, dass wir verschiedene Bibeln haben, die verschiedene Übersetzungen sind in unserer Sprache. Manche haben das Privileg nicht. Sie haben einfach eine in ihrer Sprache, wenn es ihnen eine ausgefallene Sprache ist. Aber manchmal hilft das, wenn man den Bibeltext besser verstehen will, dass man verschiedene Bibelübersetzungen vergleicht. Die widersprechen sich in der Regel nicht. Manche versuchen es ein bisschen freier auszuübertragen und andere sind näher an dem, was da wirklich im biblischen Urtext, griechisch oder hebräisch steht. Und wenn wir das machen bei Epheser 4, das eben vergleichen, verschiedene Übersetzungen, dann treffen wir eben auf einen Unterschied. Hier bei der neuen Genfer Übersetzung, da klingt das so, die übersetzt eben in der Vergangenheit. Oder es heißt, ihr wurdet gelehrt, den alten Menschen abzulegen, den neuen anzuziehen. Gemeint ist, und ihr habt das auch getan. Wenn man jetzt eine andere Übersetzung nimmt, dann stehen hier Aufforderungen, nämlich legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich widersprechen, sondern einen unterschiedlichen Aspekt jeweils in den Schwerpunkt nehmen. Aber ich denke, dass die neue Genfer Übersetzung das besser trifft, was gemeint ist. Weil die Leute, an die Paulus da schreibt, seine Leser, die waren ja schon Christen geworden. Die haben eine Umkehr in ihrem Leben erlebt. Die haben schon den alten Menschen sozusagen abgelegt. Das alte Leben ohne Gott haben sie bereits hinter sich gelassen. Sie haben eine Bekehrung erlebt, eine Lebenswende zu Gott hin. Sie haben den neuen Menschen angezogen, neue Verhaltensweisen angenommen. Das mussten sie nicht ständig wiederholen. Aber sie sollten dementsprechend leben. Es passt zu dem, was Paulus am Anfang des Kapitels 4 sagt oder schreibt. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Also er schreibt, werdet das, lebt in dem, was ihr schon von Gott gemacht worden seid. Ein Beispiel dazu, wir haben eben einige Lehrer bei uns in der Kirche und falls das vorher unmissverständlich war, also Martin geht morgen nicht in die vierte Klasse, er unterrichtet die vierte Klasse, einfach so, um das noch zu klären. Eben morgen, das neue Schuljahr und einige müssen sich in einem neuen Team arbeiten, müssen neue Abläufe kennenlernen und so weiter. Aber was sie nicht tun, morgen an dem ersten Tag wieder nach den Ferien, sie werden nicht wieder neu den Arbeitsvertrag unterschreiben. Das ist schon passiert. Aber jetzt werden sie mehr und mehr zu dem, was sie eigentlich bereits sind. Teampartner mit den anderen Lehrern, Lieblinge der Schüler und so weiter. Paulus vergleicht den Start ins Leben als Christ mit dem Wechseln von Kleidern. Er sagt, wer Jesus kennenlernt, der zieht alte Kleider aus. Der lässt wie einen alten Lebensstil, der nicht zu Gott passt, lässt er hinter sich. Und die Verse, die er vorher schreibt, in Epheser 4, die geben ein paar Beispiele dafür, für das alte Leben. Da ist die Rede von einem abgestumpften Gewissen. Da ist die Rede von sexuellen Abenteuern und von Habgier. Wo Paulus sagt, das passt nicht zum Leben als Christ. Es hat keinen Platz mehr im Leben von euch. Die Leute damals, die Jesus kennengelernt haben, die haben sich ganz kurz danach taufen lassen. Als Ausdruck dafür, dass sie ein neues Leben begonnen haben und ihre Taufe hat genau das gezeigt. Paulus erklärt die Taufe an anderen Stellen so, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Jesus starb am Kreuz für alle Sünden, für all unser Versagen. Wenn wir das zugeben, dann vergibt er uns alle unsere Sünden. Glaubst du das? Es gibt ja dieses Hobby, das Upcycling genannt wird, vielleicht kennen es ja einen von euch oder alle oder manche machen das vielleicht auch. Es geht darum, einen alten Gegenstand nicht einfach zum Recycling zu bringen oder einfach wegzuwerfen, sondern ihn abzucyceln. Also ihn irgendwie zu verschönern und ihm eine neue Verwendung zu geben. irgendwie kreativ. Das kann so aussehen, dass ein altes Velo, das nicht mehr gebraucht wird, irgendwie sich im Bad wiederfindet, anscheinend. Oder alte Glühbirnen als Vasen umfunktioniert werden. Oder das Beste, eine alte Badewanne, die nicht einfach irgendwo an der Straße steht oder sonst wie kompliziert entsorgt werden muss, sondern als gemütliches Sofa dann dient. Upcycling. Bei Jesus in unserem Leben sieht das anders aus. Wenn Jesus in unser Leben kommt oder wir ihm unser Vertrauen aussprechen, dann wertet er nicht das Leben einfach ein bisschen auf und verändert da und dort etwas, sondern er macht es völlig neu. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Ich vermute, dir geht es wie mir, dass du alte Kleider irgendwo zu Hause hast und die sind irgendwo in deinem Kleiderschrank wahrscheinlich mittendrin in den neuen Kleidern. Die hängen dort irgendwo dazwischen, also nicht alles alte Kleider, aber doch sind ein paar dabei. was du wahrscheinlich einfach nicht mehr anziehst, oder? So wie ich diesen Pulli. Außer es sieht keiner oder ich helfe beim Umzug. Oder so. Und die waren vielleicht früher mal in Mode oder sie haben Flecken oder sie passen dir einfach nicht mehr. Aber irgendwie hast du es noch nicht geschafft, die aus zu entsorgen, sie aus zu misten oder zu entrümpeln und so. Die hängen einfach zwischen anderen neueren Kleidern, die dir aber viel besser stehen. Irgendwo sind so alte Klamotten auch noch dabei. Ich sage jetzt nicht, welches die alten sind, vielleicht sieht man es auch gar nicht, wie auch immer. Aber vermutlich habt ihr auch solche alten Sachen, die irgendwo noch da sind. Paulus erinnert jetzt die Christen und sagt ihnen, kramt doch nicht die alten Sachen wieder hervor. Ihr habt ein neues Leben begonnen mit Jesus. Ihr habt wie neue Kleider, neuen Lebensstil begonnen, ein neues Ziel ins Auge gefasst. Kramt nicht wieder alte Sachen hervor, von denen ihr euch eigentlich längst verabschiedet hattet. Lebt dementsprechend, dass Jesus euch zu neuen Menschen gemacht hat. Werdet, wie ihr seid. Jetzt betont Paulus, dass das frühere Leben vielleicht schon kurzfristig so einen kurzfristigen Kick gebracht hat, aber langfristig schreibt der Vers 22, das hat ins Verderben gestürzt. Jetzt, wenn jemand ohne Gott lebt und entsprechendes Verhalten einfach so sich auslebt, dann ist es das eine, dass das Verhalten Gott als den Schöpfer beleidigt. Das andere aber ist hingegen, dass man sich selbst damit ins eigene Fleisch schneidet. Wir sehen das, wenn er zum Beispiel in Beziehungen nur an sich selbst denkt und mit Freunden rücksichtslos umgeht, mit dem Partner, der Partnerin einfach rücksichtslos umgeht, nur an sich denkt, der wird irgendwann allein dastehen. Wir sehen das, wenn jemand ein Workaholic ist, also sich voll in die Arbeit rein kniet und nur noch arbeitet und keinen Tag Pause sich gönnt und Ferien ist, was für Anfänger und es braucht mich und die Firma und ich arbeite einfach bis zum Umfallen, um dieses Ziel zu erreichen. Der wird irgendwann erleben, dass der Körper das nicht mitmacht, sondern streikt. Gott hat uns keine sinnlosen Gebote gegeben, die uns irgendwie Knechten, irgendwie unfrei machen und irgendwie das Leben sauer machen, sondern er hat Gebote gegeben, die unser Leben fördern, dass wir uns eben nicht selber ins Verderben stürzen. Sehen wir schon im Alten Testament zwei Beispiele. Eins aus dem Propheten Jeremia, der sagt im Auftrag von Gott, ich sage euch, ändert euer Leben von Grund von Grund auf. Geht gut und gerecht miteinander um, unterdrückt nicht die Ausländer, die Weisen und die Witwen und hört auf, hier beim Tempel das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, die Begründung heißt, denn damit schadet ihr euch bloß selbst. Gott gab nicht irgendwelche Gebote, dass man sich daran hält, damit er ja nicht eingeschnappt ist, sondern er weiß, was für unser Leben gut ist. Und er sagt, schadet euch doch nicht selbst. Oder Hesekiel, werft alles Böse von euch ab, ändert euch von Grund auf, ja erneuert euer Herzen, euren Geist, warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Paulus stellt jetzt in Vers 24 die Alternative vor zu den alten Kleidern, die sie ja hinter sich haben und er bringt da laute Gegensätze, er sagt, das eine ist der alte Mensch, das andere ist der neue Mensch, der eine der richtet sich selbst zugrunde, der vernichtet sich irgendwo selbst und der andere der wurde von Gott neu erschaffen. Der eine der fällt auf irgendwelche trügerischen, verführerischen Begierden herein und der andere dessen Leben kennzeichnet Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mit welchem hast du es lieber zu tun? Hast du es lieber mit einem Menschen zu tun, wo du nie genau weißt, woran bist du da genau? Denkt er eigentlich doch am liebsten an sich? Hat er irgendwie gar keine Prinzipien? Oder weißt du eigentlich schon, woran du bei dem bist? Der ist nicht perfekt, aber er versucht gerecht zu sein. Er versucht sich am Guten auszurichten. Wer an Jesus glaubt, ist bereits ein neuer Mensch. Er oder sie gehört schon zu Gottes neuer Schöpfung. Geschaffen in seinem Ebenbild. Ihm ähnlich, so wie es ganz am Anfang bereits gedacht war. Wo Gott sagt, ich will Menschen machen, die mir ähnlich sind, die mir ähnlich sind, als Gegenüber, als Manchmal benutzen wir die Ausrede so, wenn irgendein negatives Verhalten von uns offensichtlich wird, sagen wir manchmal, so bin ich halt und meinen, du musst klarkommen damit, ob es dir gefällt oder nicht, so bin ich halt. Aber es kann eine Ausrede sein, weil wir uns nicht verändern wollen und die anderen müssen weiterhin darunter leiden. Der Heilige Geist den Gott jedem schenkt, der an Jesus glaubt, der bewirkt in uns eine Veränderung, damit wir werden, was wir schon sind, gerecht und heilig durch Gottes Gnade. Wenn wir weiterlesen, in den nächsten Versen, da folgen einige ganz konkrete Anweisungen, Menschen, die Paulus weitergibt, wo er sagt, redet die Wahrheit, statt andere zu belügen. Versöhnt euch, statt im Streit zu bleiben. Findet gute Worte füreinander, statt giftige Worte, die zerstören. Die Parallele, die im Kolosserbrief steht, fasst es gut so zusammen, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Paulus macht sich stark dafür, dass das Verhalten der Christen ihrem Status als Kinder Gottes entspricht. Was es dafür braucht, ist ein verändertes Denken, weil unser Denken sich auswirkt auf unser Handeln. Darum geht es in Vers 23, der eingerahmt wird, so als Klammer von dem, was Paulus sagt über den alten Menschen, die alten Kleider, Vers 22 und die neuen Kleider in Vers 24 kommt so in der Mitte dieser Vers 23, wo er über das veränderte Denken spricht. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen. Erneuern lassen spricht dafür, das kann ich nicht selber machen, sondern das muss ich mir von Gott schenken lassen. Zulassen, dass er es tut, durch sein Wort, durch sein Wort, durch seinen Geist. Und das brauchen wir alle, bis ans Lebensende, sonst bleiben wir, wie wir sind. Jetzt wie schon gesagt, führt Paulus denen damals in Epheser vor Augen, was sie alles von Jesus gehört haben, gelernt haben, mitbekommen haben, erfahren haben. Und wenn das ihr Denken prägt, sagt er, wird sich das auf ihr Verhalten auswirken. Glauben und Denken und Leben ganz eng zusammen gehört und kein Widerspruch ist. Manchmal wird es ja behauptet, dass man entweder glaubt und so ein bisschen mitleidet wird dafür, dass man halt irgendwie glaubt und sowas braucht oder man denkt und stützt sich auf die Erkenntnisse der Wissenschaft. Aber das ist in der Bibel überhaupt kein Gegensatz. Die waren auch nicht dumm damals und sind auf alles reingefallen, was Leute ihnen erzählt haben. Glauben und Denken gehört von jeher zusammen und Leben erst recht. Glaubt durch die Bibel Jesus besser kennenlernt, der wird verstehen, Gott schenkt mir seine Liebe. Er schenkt mir seine Liebe. Er nimmt mich an, weil Jesus sich für mich geopfert hat. Er schenkt mir eine neue Identität. Ich muss nicht um meinen Wert kämpfen. Ich muss nicht um Anerkennung kämpfen. Ich muss nicht beweisen, dass ich was drauf habe, dass ich was wert bin. Gott spricht mir den Wert zu. Er gibt mir ein sicheres Fundament für mein Leben. Er gibt mir eine Identität in seiner Familie. Ein Zuhause für immer. Und dafür bin ich ihm so dankbar, dass ich gerne seinen guten Ideen folge. Jetzt, wie geht das, dass die Worte von Gott, die ja Paulus da so betont und sie erinnert daran, wie geht das, dass die unser Leben prägen. Das kann passieren im Gottesdienst, das kann passieren, wenn du selber für dich allein oder mit anderen hier die Bibel liest und Gott dich so prägen kann. Und du konkret überlegst, wie kann denn diese gute Nachricht, das was Jesus in seinem Evangelium uns gebracht hat, was kann das konkret bedeuten für meine Beziehungen, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mich selbst sehe, wie ich meine Arbeit angehe, wie ich meine Hobbys ausübe, wie ich Entscheidungen treffe, wie kann das konkret sich dort auswägen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Bleib, wie du bist, ist nicht mehr als irgendwie eine nette Floskel. Werde, wie du bist, trifft dagegen den Kern des christlichen Glaubens. Als Christ, wenn du Jesus nachfolgst, bist du schon ein neuer Mensch. Du kannst die alten Klamotten getrost im Schrank hängen lassen, alte Lebensmuster ohne Gott, denn du hast schon neue Kleider bekommen. Ein Verhalten, das Gott ehrt und anderen Menschen weiterhilft. Vielleicht sind neue Kleider manchmal noch ein bisschen groß, aber Gott hilft dir hineinzuwachsen, damit du wirst, wie du in seinen Augen schon bist. Lass uns beten dafür. Vielen Dank, Herr, dass du uns das Leben geschenkt hast. Du hast Ahnung vom Leben, du hast gute Gedanken über das Leben und über unser persönliches Leben. Ich danke, dass es möglich ist, dich kennenzulernen. Danke, dass du alles dafür investiert hast mit Jesus, deinem Sohn. Danke, dass es möglich ist, bei dir Vergebung zu kriegen, neues Leben zu kriegen, neuer Mensch zu werden. Danke, dass ganz viele hier drin, das glauben. Wir bitten dich, dass Menschen, die noch nicht glauben, auch in unserem Umfeld in einer Nähe finden. Und das entdecken, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Begnadigt zu sein vom König der Welt. Und dann Schritte zu gehen in diesem neuen Leben. Begleitet von deinem Geist, motiviert von dir, von deiner Größe und deiner Liebe. Hilfe uns, dass wir dir ähnlicher werden. Dass unser Verhalten nicht dem gleicht, was mal war, sondern dem, was in deinen Augen schon sein dürfen. Danke, Herr, dass du uns annimmst, immer wieder neu. Du bist der gute Vater, dem wir vertrauen können, an dessen Hand wir weitergehen können, auch morgen in den Alltag zurück, der bei vielen wieder beginnt. Danke, dass du die verlässliche Konstante bist, der Fels, auf den wir bauen können, der uns liebt, gerettet hat, verändert und annimmt. Danke dafür. Amen.